Hallo, hier auf der Pro-Wahn 2023 bei uns am Stand von St. Kilian, Deutschlands größte Whisky-Destillerie. Wie ihr wahrscheinlich schon auf dem Bild seht, haben wir diverse Whiskys, diverse Liköre hier bei uns vor Ort. Unter dem anderen auch hier auf der rechten Seite von mir unsere Bud Spencer und Terrence Hill Produkte. Zum einen geht es darum, dass wir jeweils zwei verschiedene, zwei milde Whiskys haben, zwei torfige Whiskys haben und jeweils zwei Liköre. Bud Spencer ist gereift in Amarone-Fässern und in Bourbon-Fässer. Der Terrence dazu, auch als Charakter ja, der süßere, der leichtere. Deswegen haben wir hier auch Rumpfässer mit eingearbeitet, um einen ganzen soften Touch noch reinzubekommen. Und letztendlich beide haben noch ein Liköre, Bud Spencer mit Feuerwasser und einmal unser Terrence Hill voll auf die Nuss, also unser Haselnuss-Liköre. St. Kilian als Deutschlands größte Whisky-Destillerie, er hat natürlich auch nochmal unter einem eigenen Brand schöne Produkte. Hier reden wir davon, von unserer neuen Core-Range, unseren Classic, Pilsener Malz dabei verwendet, Sherry-Fässer, Bourbon-Fässer. Mit 46 Prozent ein super smoother Whisky und letztendlich die ganze Variante nochmal ein Heavily Peated mit unserem Peated Whisky, St. Kilian Peated, wie wir den geschimpft haben, also unseren Rich & Smokey mit 54 ppm, dabei auch ordentlich torfig. Also man kann schon denken, man muss nicht unbedingt immer nach Schottland, sondern wir können ja auch gerne in Deutschland bleiben. So Cem, also würde ich sagen, Cheers, auf eine gute Messe noch. Danke. Danke. Vielen Dank.